POIS – Postorgasmic Illness Syndrom Wir sprechen heute von einer noch sehr unbekannten Krankheit, über die es wenig Referenzen gibt. Dennoch ist sie ernst und betrifft sowohl Paarbeziehungen als auch das Selbstvertrauen des betroffenen Mannes. Das Postorgasmic Illness Syndrom – POIS – ist eine seltene Krankheit, die erst kürzlich entdeckt wurde und ausschließlich männliche Personen betrifft. Die Symptome ähneln denen einer Grippe und treten nach einer Ejakulation auf. Laut der Internationalen Gesellschaft für Sexualforschung ist nicht bekannt, wie weit verbreitet das Postorgasmic Illness Syndrom ist, obwohl bereits vor wenigen Jahren die ersten Fälle dokumentiert wurden. Man geht davon aus, dass viele Männer unter diesem Syndrom leiden, aber nicht davon wissen, da es bisher nicht genügend Informationen über dessen Existenz gibt. Es war Marcel Wandinger, Leiter der Abteilung für Neurosexologie am Krankenhaus Leyenburg in den Niederlanden, der diese Krankheit im Jahr 2002 entdeckte. Symptome des Postorgasmic Illness Syndroms Auch wenn diese Krankheit kein großes Gesundheitsrisiko darstellt, ist es für die emotionale Stabilität eines Mannes und seiner Partnerin sehr problematisch. Denn bei Personen, die an diesem Syndrom leiden, mindert es das Verlangen nach Sex und sie empfinden den Orgasmus eher als Vorstufe des Unwohlseins und nicht als angenehme Aktivität. Die Symptome für das POIS können direkt nach der Ejakulation oder einige Stunden später auftreten und zwischen drei und sieben Tagen anhalten. Es wurden zwei Arten von Symptomen festgestellt, die koexistieren, aber je nach Fall überwiegen folgende. Physische Symptome Müdigkeit Fieber Kopfschmerzen Verstopfte oder laufende Nase Rachenreizung und Husten Juckreiz in den Augen Und verschwommene Wahrnehmung Muskelschmerzen Schwitzen Gelegentlicher Durchfall Psychologische Symptome Geistige Erschöpfung Konzentrationsschwierigkeiten Schwierigkeiten Bei der Erinnerung an Dinge Sprachprobleme Was verursacht das Postorgasmic Illness Syndrom? Der Ursprung des POIS ist nicht bekannt. Dennoch existieren mehrere Theorien darüber, die derzeit getestet werden. Einerseits gibt es keinen Hinweis darauf, dass es sich um eine genetisch bedingte oder ansteckende Krankheit handelt. Studien weisen auf hormonelle und neuropsychologische Probleme aufgrund von chemischem Ungleichgewicht oder Immunproblemen hin. Es wurde nach einem Zusammenhang zwischen dieser Krankheit und der vorzeitigen Ejakulation gesucht, aber nur 25% der analysierten Fälle berichteten über Ejakulationen innerhalb einer Minute nach Beginn des Geschlechtsverkehrs oder der Masturbation. Chemisches Ungleichgewicht Diese Theorie deutet auf eine anormale Reaktion auf die Freisetzung von Oxytocin nach dem Orgasmus hin. Andere Studien wiederum suchen nach einem Zusammenhang zwischen niedrigen Testosteronspiegeln und POIS, da einige der Symptome, wie Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten, häufig auftreten. Neuropsychologische Probleme Unmittelbar nach dem Orgasmus steigt der Prolaktinspiegel an und bleibt über einen längeren Zeitraum erhöht. Eine neue Theorie geht davon aus, dass das Prolaktin die Dopaminagen-Neuronen verändern kann, was zu einer unzureichenden Produktion von Dopamin führen würde. Diese Theorie basiert darauf, dass der Mangel an Dopamin psychologische Symptome verursacht, die denen des POIS ähnlich sind. Immunprobleme Eine neuere Theorie nimmt an, dass es eine Autoimmunreaktion auf die Produktion der eigenen Samenflüssigkeit geben könnte. Die Studien, die von Dr. Marcel Wendinger an 45 männlichen Personen durchgeführt wurden, liefern einige Belege für diese Möglichkeit. Die Behandlung des Post-Orgasmic-Illness-Syndroms Bisher werden Antihistamine, SSRI-Antidepressiva und angstlösende Arzneimittel eingesetzt, um die Symptome zu lindern, aber es stellt keine langfristige Lösung dar. Dr. Wendinger hat mit der Hyposensibilisierungstherapie experimentiert. Diese besteht darin, Patienten mit ihrer eigenen Samenflüssigkeit zu impfen. Die Therapie wirkt also wie eine Art Impfstoff, der versucht, eine Immunreaktion gegen die Allergie auf die eigene Samenflüssigkeit zu erzielen. Es wurde berichtet, dass die Hyposensibilisierung die Symptome schrittweise verbessert. Allerdings gibt es wenig Belege dafür, sodass diese keine ausreichende Grundlage für eine Schlussfolgerung darstellen. Andere Behandlungen, die durchgeführt wurden, zeigten nur geringen Erfolg in der Linderung einiger Symptome. Es gibt auch natürliche Therapien wie Behandlungen auf Basis von Sägepalme und Vitamin B3. Allerdings wurden auch schwerwiegendere Methoden angewendet, wie die Verkleinerung der Prostata oder die Anwendung von bestimmten Techniken zur Verhinderung einer Ejakulation. Selbsthilfegruppen Es gibt Selbsthilfegruppen, die den Erfahrungsaustausch und die Verbindung zu Fachleuten, die sich mit dieser Krankheit befassen, erleichtern. Außerdem gibt ein Forum, in dem sich Interessierte registrieren können und eine Facebook-Seite, der man folgen kann. In jedem Fall ist es das Beste, einen Arzt oder Spezialisten zu konsultieren, der dir weiterhelfen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.